Das ist unser schickes Auto. Ich möchte heute unser nettes Inselauto vorstellen. Wir nennen es liebevoll die alte Rumpel. Hier, die alte Rumpel. Das ist irgendein Mazda, keine Ahnung was. Hat uns unser Vermieter geliehen. Ist eigentlich sein Auto. Er hat gesagt, solange keine Teile fehlen, ist alles okay, wenn wir es zurückgeben. Und so fährt es sich auch. Ist ein bisschen arg rumpelig, aber lieber so, als dass jeder Beule später angekreidet wird. Hauptsache es fährt und es ist günstig. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018